So, der große Augenblick ist gekommen. Ich möchte Sie bitten, sich alle von Ihren Plätzen zu erheben jetzt. Sie wissen noch nicht warum, ich weiß schon. Stehen Sie mal auf. Denn jetzt kommt Ihre Durchlaucht, Prinzessin Stefanie von Monaco. Liebe Stefanie, ich bin ein verwunschener Fernsehkomiker. Bitte, bitte küss mich. Stefanie, du hast mich befreit. Wahnsinn. Ich habe extra wegen dir übrigens eine Begrüßung auf Monegassisch auswendig gelernt. Die sage ich jetzt mal. Monaco, Steffi, Casino, Cabrillo, Grimaldi. Plämpläm. Plämpläm heißt natürlich auf Monegassisch. Recht herzlichen Dank für die nette Begrüßung. Danke Stefanie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Monegassisch. 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 Irresistible, Irresponsible, There is God is the reason. Love's a total meal, I'm too blind to see, I can't find out the feeling. Love's a total meal, I'm too blind to see, I can't find out the feeling. Like a magnetic track, distant, just to look for results. I feel, that I'm losing my self-control, it takes over my soul. But I keep coming back for more.